Also grüß Gott beieinander, liebe Leute! Wir sind die Priusbergmusik aus Berchtsborn, sechs gestanden im Anspieler. Zuerst waren wir zu zweiter, Peter und ich. Wir sehen heute noch in einem Duo, Perla Buben. Und dann haben wir eine Verstärkung gebraucht. Dann sind die anderen vier dazugekommen. Und das war gleich so periton. Und menschlich passen wir auch ganz richtig gut zusammen. Wir streiten die ja. Jeder mag ein bisschen Bier, weil wenn einer gar kein Bier getrinkt, dann ist es auch nicht gut. Und seitdem spielen wir zusammen jetzt schon 17 Jahre lang. Und ich hoffe, dass es noch eine Zeitl so geht. Wir haben auch richtig gute Leute dabei, so wie in unserem Franz zum Beispiel. Der kann auch Noten schreiben. Der schreibt in so die ganzen Noten. Da sind wir in der Länge gedankt dafür. Weil was das arbeitet, das weiß nur einer, der mit der Materie vertraut ist. Der Name Priusbergmusik ist durch das entstanden, der Hubsi. Weil der Hubsi ist ja eh schon bekannt durch Film und Funk am Fernsehen. Ich sehe in Priusberg oben der Schnapsbrenner und da haben wir oben gespielt, auch mal wie ein Musikbrot. Und dann haben wir gesagt, der Name passt, Priusbergmusik. Insure Musikbrot haben wir überall bei Mein Name ist Franz. Da sind wir überall. Hier haben ich schöne Gäste. Da gibt es nie was. Der Franz bringt ein Bier selber, macht den so ein paar Stunden. Und das ist elektrisch viel wert, wenn man sowas hat. Ja, ein Prost mit harmonischen Klangen. Ja, ein Prost mit harmonischen Klangen. Stoße an, schwingt aus, trinke aus. Stoße an, schwingt aus, trinke aus, trinke aus, trinke aus, trinke aus, trinke aus, trinke aus. Mitmachen kann, schwingt aus.